Jamoje und Waldmannsheil. Ihr seht, ich habe die Haare geschnitten, den Bord getrimmt, ein Hemd an. Das heißt, heute ist was besonderes. Und zwar habe ich die Jägerprüfung bestanden und jetzt geht es zum Jägerschlag. Und das ist schon wieder so eine Aktion, die ich von der Jagd- und Naturschule Hessen mega geil finde, weil die kümmern sich auch um die Tradition. Das heißt, wir machen hier so ein bisschen was noch, was halt noch was besonderes ist. Und wie ihr seht, haben die sich da nicht lumpen lassen und haben da ein schönes altes Gemäuer gemietet. Und hier werde ich gleich zum Jäger beschlagen. Was da genau auf mich zukommt, weiß ich selbst noch nicht. Aber das seht ihr dann gleich. Bis gleich. So endet der ganze Jagdscheinkurs, so wie er auch angefangen hat, nämlich mit einer Ansprache vom Chef persönlich. Und das war Marius, der uns da vorgestellt wurde. Und er hat auch ein paar ganz nette Dinge gedreht. Sie sind noch nicht ganz fertig, als ex-fertig. Den haben wir schon ein bisschen präsentiert. Der erste Schlag soll ihn zum Jäger holen. Der zweite Schlag soll ihn zum Jäger holen. Der zweite Schlag soll die Kraft verleihen. Zu ihm steht es das rechte. Der dritte Schlag soll ihn verdichten. So, wir begrüßen Marius in der Praxis und heute? Jo! 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 Danke, danke. Und nach meinem Jägerschlag haben wir dann noch zusammen gesessen, haben was zusammen gegessen, haben Geschichten von der Jagd erzählt, haben gespannt den älteren Jägern zugehört, was sie schon alles erlebt haben und noch fröhlich zusammen gesungen. So, Leute, ihr habt es gesehen, das war mein Jägerschlag. Ja, ich fand das eine super Aktion von der Jagd- und Naturschule Hessen, dass die da so ein bisschen auf die Tradition auch eingehen, weil, ja, die kommt leider Gottes in unserem Gewerbe immer weniger. Und, ja, das war eine schöne Sache. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, ein Däumchen. Bis dann, euer Jachtblick.